Citychecks sind cool. Genauso wie ich. Mit den Citychecks bleibt das Geld da, wo es hingehört. In Bamberg. Citychecks. Ein Gutschein für über 400 Geschäfte. Das perfekte Geschenk in Bamberg. Checks natürlich. Ich habe meinen Friseur heute mit. Citychecks bezahlt. Ich bin Julia. Ich bin 26 Jahre alt. Und ich stehe auf Citychecks. Checks sind sexy. Citychecks sind richtig. Citychecks. Ich verschenke Sie sehr, sehr gern. Für einen guten Abend brauche ich entweder einen Mann oder Checks. Und Checks sind unkomplizierter.